Ich bin Christoph Pabinger, Facharzt für Orthopädie, Orthopädische Chirurgie und Sportmedizin. Neun Jahre lang habe ich das ÖFB-Nationalteam betreut und seit zehn Jahren betreue ich das ÖSV-Weltcup-Team Damen und Herren. Ich habe Gelenkskapseln entwickelt, die die Knorpelzellen ernähren, das Gelenk besser schmieren und die Gelenksabnutzung verlangsamen. Außerdem gibt es noch Orthokin, die körpereigene Arthrosetherapie. Diese ist besonders wichtig für Profisportler. Beides gemeinsam ist hilfreich für Patienten, die bis ins hohe Alter körperlich aktiv bleiben.